Vermögen. Da denkt man gleich an große Häuser und teure Autos. Dabei hat jeder von uns ein gewisses Vermögen zur Hand. Vom Bargeld im Portemonnaie, übers Sparbuch bis hin zum Bausparvertrag für die eigenen vier Wände. Ihre Volksbank Reifeisenbank bietet Ihnen viele unterschiedliche Möglichkeiten, um Ihr Vermögen zu optimieren und auszubauen und berät Sie dabei immer nah und partnerschaftlich. Zum Beispiel zu den Themen Termin, Tages- und Festgeld. Oder zu Spareinlagen und festverzinslichen Wertpapieren, aber auch zu sogenannten Substanzwerten wie Aktienfonds, Anleihen oder Beteiligungen. Außerdem weisen wir Sie auf viele weitere Faktoren hin, die Sie als Anleger bei der Vermögensoptimierung beachten müssen. Zum Beispiel die Inflation, die Ihre Rendite schmälert. Ganz gleich, wie Sie sich entscheiden, mit uns als vertrauensvollem Partner können Sie Ihr Vermögen sinnvoll anlegen, egal ob Sie kurz-, mittel- oder langfristige Ziele verfolgen. Deshalb ist Ihr Vermögen bei Ihrer Volksbank Reifeisenbank bestens aufgehoben, dank unseres genossenschaftlichen Geschäftsmodells, das auf handfeste Werte wie Vertrauen, Nachhaltigkeit, Transparenz und Fairness setzt. Denn bei Vermögenswerten ist es wie bei Menschen. Jeder fängt mal klein an. Wie Sie die perfekte Lösung für Ihre ganz persönlichen Interessen finden und mehr aus Ihrem Vermögen machen können, erfahren Sie online oder von Ihrem Berater vor Ort in Ihrer Filiale.